Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zu einer neuen Folge Scribble.io mit den üblichen Verdächtigen, dem Carsten, dem Ringelboy, dem Happens und dem Basti, Servus und demjenigen, der uns alle abzieht, dem Schulle, genau, so soll es sein. Oh nein. Leute, jetzt kommt wieder High Quality My Finance. Oh Gott. Oh Scheiße. Das ist ganz kleine Kutsche. Äh, oh Gott, ähm. Ähm, ähm. Was soll ich da noch hinmalen? Wie heißt denn das? Mit K. Mit K? Ah, das heißt das zweite. Nö, ja. Hä, oh Gott. Ja, das soll ein R sein. Ehre. Er hat es herausgefunden. Das ist ein Kreiswagen. Okay, da habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Nicht dran gedacht. Ich habe einen Leichenwagen, denke ich gerade. Ja, ich auch. Habe ich auch erst dran gedacht. Das war eine falsche Richtung eigentlich. Ist schon ein Schritt zu weit quasi. Das Kreuz ist... Ah, okay. Verwirrt. Ja, hey. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, grundsätzlich richtig. Kr gesagt. Jetzt nur noch ruhig schreien. Okay, lol, Alter. Nee, Mann. Das war's, Tom. Danke, dass du es falsch geschrieben hast. Karsten, du warst eben im falschen Chat drinne. Sonst kommt Karma und holt uns. Karsten, du warst eben im falschen Chat drinne. Bitte? Du warst eben im falschen Chat drinne. Ich glaube auch. Du weißt, was ich meine, oder? Selbstverständlich. Ah. Hä? Gott, nein. Wahrscheinlich Pac-Man. Yes. Gott, du bist so dumm, Basti. Was ist da drin? Hä? Oh. Ja, das ist jetzt scheiße. Wo sind das Zeichen? Ich finde das Zeichen nicht. Ja, Basti, kommst du jetzt dumm vor, ne? Ich hab das Zeichen nicht gefunden. Vergleich, Mann. Du musst einfach Minus. Das ist Minus. Ich hab Zeichen nicht gefunden. Neben dem Punkt. Hä? Aber das denn... Oh, ihr sind Karsten, ey. Ich richtig... Ich fand das gut. Och, ne. Daumen runter für das langere Quartier. Ähm... Bluttransfusion. Okay. Als ob. Hä? Das ist eindeutig. Wenn es das Wort jetzt ist, gell? Hatte, glaube ich, vorhin auch irgendwer schon in der Hand, wie ich das im Discord gehört habe. Ja. Deswegen hab ich's gerade auch gewusst. Na, süß du. Nee, ich hab's lieber nicht. Keine Ahnung. Wärmflasche. Ach, Flaschenöffner. Ein Flaschenöffner. Aber die hätten ruhig, wo ich kümliche Bierflaschenöffner hätte, die ruhig mal hinschreiben können, du bist näher, äh, nah dran. Ja, war doch bei mir gerade eben auch nicht, bei dem einem anderen Wort. Bei Absperrung, oder was das war? Oh, mal runter. Bin geknallt. Oh. Boah, da ist aber jemand böse. Da schreit jemand. Oh Gott. Ich sag das noch. Oh, ne? Gut, was will dazu? Kann ich halt einfach mal die Klappe halten? So, lass. Ich will jetzt schon wieder Fünfter werden. Ja. So, was kommt jetzt? Also, das Ganze ist... Also, das sieht mir ganz klar danach aus. Also, das ist nicht so wie eine Banane geformt, das ist eigentlich so geformt. Ist ein Bumerang? So, das hier, das vergesst mal. Ja. Ist das eine Gurke? So. Jo. Als ob, man. So. Zack. Zählt drin. Die ist hier drin. Äh? Ach so, ja. Ja. Ach so. Ja. 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 Aber in dem Glas ist nicht nur Gurke drin. Genau. Da ist noch eine Flüssigkeit drin. Die kann ich jetzt schlecht machen. Äh, mal. Ich hatte Essig schon geschrieben, aber es war mit dem Stich am Magen. Jude, esse Schirurke. Beste, wo gibt. Dabei habe ich dich heute gerade geschnibbelt. Mein Gott, bin ich blöd. Also, wer das nicht erredet. Oh Gott. Also, dieser La... Äh, das ist ein... Hä? Ich schreibe der Latein. Das... Was ist das? Was ist das? Das ist ein... Punkt, Punkt, Punkt. Nein, kein Mü... Ey, komm schon, Leute. Hä? Ich habe es euch ja eben aus Versehen gesagt. Was steht denn da? Lutz? Was ist das? XXX Lutz. Ist ein... Ich habe es eben aus Versehen gesagt. Ja, ihr redet nicht so viel. Hä? Hä? Ja, ich habe auch nicht drauf. Hä? 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 Denk ganz simpel. So richtig dumm. Ja, so richtig dumm. Lager. Wie diese schlechten Wippen, wo man nicht drüber lachen kann. Na, Sebastian, das sind ganz viele Tipps jetzt. Ich komme trotzdem nicht drauf. Hallo. Ey, ich... Bitte. Hä? Hä? Was hast du das denn gerade eben... Was hast du das denn gerade eben gesagt? Ich habe gesagt, XXX... XXX... Das ist ein Laden. Und dann habe ich... Dann habe ich nicht mehr weitergeredet. Ah, mein Gott. Weil dir ja auch jeder bei sowas direkt zuhört, Junge. Ja, gut. Also kann ich... Das die ganze Zeit machen. Blöd. Jo. Können dir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte gerade sagen, das kann nur Schule zeichnen. Rubin. Easy. Schöne Zeichnung. Mach ein Blau, dann passt. Das war gut gezeichnet. Hä? Rubin, aber das ist doch falsch. Ja, die Rubin ist falsch. Und kein Smaragd. Was? Es ist kein Smaragd oder so. Ach, jo. Ich krieg doch mit Dorad. Gut. Also ansonsten hier die Vorstufe davon. Ich wollte noch ein Kohle-Stück zeichnen. Einfach nur lost, der Junge. Kohle, Kohle, Kohle. Na, Gott. Das ist ein... Gut gezeichnet. Achso, ich hab's schon längst. Du hast einen Daumen hoch. Ey, Liga, ich hab doch... Schreib das nochmal. Ich hab das gar nicht gecheckt. Doppeltelt besser. Naja. Da mach doch. Da mach doch. Find ich gut. Das ist doch aussehen, ey. das ist das erste wort lupe okay das heißt eine lupe sein okay ja jetzt es ist keine uhr damit gemeint ist was zeigt das nummer eins ist das einfach ist das einfach das ist so einfach das tut so weh halt dass ich jetzt erst drauf gekommen natürlich ich habe sogar noch eben lupe gesagt richtig und da bin ich dir sehr dankbar für ich werde nicht drauf gekommen auf lupe jetzt mit dem blümchen zu wissen dass noch einer schlechter ist als ich in dem karsen wie bist du eben erster gewonnen das war ein front jetzt zeige ich euch was ach du jetzt oh gott jetzt tut dann raus ich hab's auch befürchtet ich hab ihn auch schon draußen was ja okay was jetzt nicht mehr reicht doch oder genau reicht vollkommen was denn das müsste eigentlich wissen denken an andere tage einfach alter wofür steht er nur ich weiß wofür das steht wofür steht das p ja nicht das stück aber grundsätzlich haben das jetzt noch mal auf deutschland ja ruhe in frieden oder ja ich hab irgendwie bin ich wirklich ganz schlecht ganz schlecht ich fand's gut ich fand's gut das ist ja die hauptsache das ist die hauptsache ey Digga wer das denn der Redbruder der ist einfach nur lost in the raves fertig das reicht warte ich mach nochmal ähm Lutscher das soll ne Gabel sein jetzt ringt aber es geht grundsätzlich um nein es geht um dieses Gesteck ah Junge mach doch direkt den Pfeil doch dahin goooott was oh jetzt kommt mal wieder ne gute Zeichnung hier ich find wir sollten einfach gar nix mehr sagen damit Zeichnen das ist besser ne Klausen ich mach nimmer Daumen runter sogar sein Smiley sieht schöner aus als jede Zeichnung die Basti jemals gemacht hat ja ja ist echt so oh ok das ist ein bisschen die Sonne ist aber nicht schön gemalt das ist richtig danke danke hä ja es ist einfach es ist unglaublich was soll man da noch zeichnen es ist ne Tätigkeit was weiß ich was weiß ich ach ja ne ne er hier was macht er den gerade weil es warm ist er bastel ist aber auch ich schwitze ach ja äh erst mal du oh yeah wutka aua ne die sieht scheiße aus ooooh die Frisur nicht ist auf jeden Fall bekannt so jetzt nochmal die Frisur ist besser so ach jo ja Donald Trump wow ja ne ich hab einen anderen aber ich hab erst gedacht du zeichnest Elvis Presley hast du dir grad selber zu gehört echt mal ooooh er sagt es auch und fragt es nicht äh bum 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 ach man ey was ist denn hier du Schüler was ey der bald das das hast du schon wieder verdammt jetzt schon wieder die Schiffsbrack oh nein ich bin rausgeflogen glaub ich oder ne ich bin wieder mit einem Kreuz noch bist du zumindest drin hä ja ich bin draußen so n scheiß hier bist du noch drin ah doch nicht blöd niss ah oh god die haben doch eine Bezeichnung dafür oder irgendwie ooooh was ey denk doch mal ganz gut das liegt doch daran dass ich das Spiel zurzeit spiel das war der Ratenablauf was für ein Spiel ja ich spiel grad ein Spiel und deswegen wusste ich das das ist ein Sweet Sea of Three merkste was Carsten ich sag aber nicht welcher Teil was um was geht's da um welche ich sag nichts ne alter ich hab das Sweet near gespielt ich ganz gewisse Piraten ja merkst du was ja warum schreibst du denn eigentlich was du denkst du es auszusprechen schreibst nul dann mach doch die Piratenflagge das war gut gezeichnet das war gut gezeichnet das war gut gezeichnet einfach hier rein ist die Piratenflagge nicht irgendwie schwarz oder so mhm schwarze nur Schädel und zwei gekreuzte Knochen okay hättest du es erraten wenn die Flagge schwarz wäre null ja ich hätte auf jeden Fall einen anderen Denker gehabt weil ich hatte jetzt gar keinen blassen Schimmer weil von Assassin's Creed geredet wurde und ich hab Assassin's Creed nie gespielt von daher konnte ich nicht wissen sorry hä? ja ähm Pickel keine Ahnung nein denk doch mal ähm der Himmel ja danke klasse hä? verdammt ja das ist halt ja wie soll ich die die das ist auch blöd ähm ich hab alles geschrieben ja super das wird uns auch nicht helfen ne D? klasse findet ihr ne dann müsst ihr es ach soo und was auch hier macht die hier rein machen okay ich bin dumm natürlich nein ja das muss ich schreiben ach ja du würdest du die Düne hin hinschrienen d d d d d d d zehn Punkte voralltens war es genau das kann es jetzt nehmen für später also wo ich vorhin verkackt da bleibt das verkackte drin so und für euch jetzt liebe zuschauer ihr habt ja gerade schon mal gehört wenn es euch gefallen hat ihr kennt das spielchen liken kommentieren abonnieren nicht nur mein kanal sondern auch in dem von den anderen flitz piepen links sind wie immer unten in der video beschreibung in diesem sinne hoffentlich bis zur nächsten folge